ich finde es geil wie er nur so drei bissen vor allem er beißt den kopf ab weiß zweimal von der seite den fisch ab und den rest salavi mon ami sehr nachhaltig vor allem wenn man so fisch ist alter direkt mit gerät und quer tot ja vor allem ist mein kopf komplett abgebissen okay ich bin an der höhe also okay ich komme gleich ich nehme nun mal erfahrungsgemäß mal ein paar stöcker mit und basteln wir schon mal eine fackel genau die habe ich schon trage zu viel stöcker dann mache ich mir schnell eine knochenrüstung und noch vodka ich habe jetzt zwei rüstungsbalken ich glaube müsste es reichen ja ich habe einen deswegen uah habe ich vier knochen dabei ne ich habe alle reingepackt willst du noch eine blattrüstung machen was für eine rüstung willst du machen ach eine blattrüstung ich würde mir vor allem in der tat jetzt knochen mitnehmen als wir da drin was finden ach so du meinst ich dachte jetzt wegen rüstung ja wenn wir drinnen dinger finden wir haben ja schon ein teil abgegrast dort ja die werden trotzdem wieder da sein ich das einzige was ich gucke also ich habe kein seil mehr ja tito also ich habe mir mal drei knappen mit ich habe noch drei seien vier knochen mit warte mal sind das die drei seile die ja wohl mich lustig drüber gemacht habe ich habe ich habe mich ja auch nicht lustig gemacht ich war nicht noch schnell genug bei dir das hat sich lustig gemacht darüber dass du oder für ein seil renne ich nicht los aber dann waren es ja drei seile das war die situation wo ich meinte ist da noch mehr genau stimmt ja genau wo ist denn der eingang hier also hast du ja gelogen waren es da mehr als ich habe auch gesagt aber ihr habt mir ja ja aber es ist jetzt auch egal ich bin in karsten drinnen das ist alles respawned hier oh nice oh stimmt da keine uhren mehr aufsagen auch nicht vielleicht sollte man dann einfach mal gucken was mit den uhren basteln kann warte mal nichts ich glaube die uhren sind einfach nur ein sammelerfolg oder nee du kannst im ersten teil konntest du mit bomben glaube ich bauen stimmt ja du konntest genau wenn ich eine uhr rein lege ist komplett alles ausgegraut naja ja mehr werden wir nicht weil hier waren auch 34 leute oder ich weiß nicht ob das skaliert anhand der spieler hier rechts lag vor liegt wieder ein seil nice hier rechts auf dem abgrund ab anhand zwei seile ich habe hier zwei seile hier oben gesammelt zwei einmal hier wo ich jetzt stehe ach da ein dann hier dann hier unter mir was machst du da noch eins und hier ist man soll hier bei mir vorsichtig aber ich weiß nicht was ich kommt ich weiß nicht was ich rausfinden ist immer ein paar knochen da hinten wo es rechts das licht ist da war auch was gewesen hier geht es runter weiter hier links rüber würde ich gerne mal gehen da wo ich jetzt hier ist essen wo ich bin hier hängt nämlich jemand genau da geht es denn weiter in die ecke hier wo ich bin gibt es gerade essen ich sind okay hier sind ja dann komme ich mal zu dir hier hier liegt auch munition rum medizin ich habe nicht ich habe zu viele medikamente dabei ich auch guck mal ob du welche nehmen kannst ne ich habe mich voll geil ok da hinten ist auf jeden fall noch irgendwas gewesen genau da geht es weiter und wir haben da drüben wo ich jetzt ich kann da kurz mal hinrennen hier geht es irgendwie noch weiter runter da will ich jetzt aber nicht runter springen ja da ist ein seil hier rechts ist ein seil zum klettern hier wollen wir einmal kurz hier drüben noch gucken ja ich würde auch dahin wo Kevin ist weil da hinten geht es auch noch weiter wo Kevin denn ist da hatten wir den dicken gehabt ne ja genau ja ja die schleimbolzen wow wow Fledermäuse fuck wow Kevin ich dachte doch schleimig ist wieder da ne ne jetzt nochmal knochen wenn ihr noch platz habt jetzt nicht mehr die haben mich auch erschrocken sehr gut ganz sachlich ich habe mich nicht erschrocken weil ich wusste was kommt sehr gut du wirst machen die waren doch dicke Dinge ne das haben wir in die Luft gejagt hier sind zwei Haftbomben genau ich kann keine mehr tragen glaube ich ich habe vielleicht beim letzten mal hinweg geschmissen ich muss mir die mal wo sind denn die vielleicht ist das gar nicht schlecht die mal zwingen ist egal Daniel einfach weiter ne jetzt mal ehrlich ich habe mir die gebeindet ne Haftbombe auf ne Taste weil wenn so ein dickes Vieh kommt können wir die einfach in der Luft jagen ja das habe ich gerade gemacht ok habe ich meint der Micha kommt noch da ist jemand vor mir ist jemand was dick ist ne da sind mehrere da sind mehrere nicht so weit rein nicht so weit rein nicht so weit rein das war hier taktisch klug mal da kommt der nächste kommt auch mich ja da ist der nächste oh da sind zwei hinter uns steht wieder auf steht wieder auf steht auch hinter dir Daniel steht auf ja die müssen wir die müssen ja unten erstmal töten da muss ja das Zeichen kommen was ist das was ist das was denn was denn Daniel red mit uns das wo ist oh ich habe daneben geworfen das was groß ist das was groß ist warte ich werfe ne Haftbombe hab ich auch gerade gemacht oh nein mach Licht ja Haftbombe ist dran weg 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 eh was macht es ja ist tot oh ich habe gar keinen Bums gehört nein ne dahinten krabbelt noch irgendwas rum oh ja sie ist viel schon wieder warte ich habe auch noch eine Haftbombe oder willst du Kevin nochmal ne ich habe zwei schon geworfen ich habe gar keine mehr ich habe ich habe äh ja warte oh 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 hier links 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 ist dran doch war gut red weg weiß die platzen einfach so da kommt kein Geräusch hä bei mir ist nichts bei mir ist nichts sehr gut hier ist noch eine Feldration hier liegt auch eine Notiz oh hier sind noch Seile genau ja hier sind noch Medics ich glaube completely darkness need more light in hier ich glaube Licht ist nicht das Problem ich kann kein Wodka mehr aufnehmen muss man Wodka trinken kannst du ja auch Molotovs basteln damit ne ja was kann ich damit basteln Molotovs wäre auch verschwendet wenn du es nicht machst ok aber dann müsste ich dir meinen Stoff opfern ne ja aber wofür wird es denn sonst ja ist richtig ich habe auch 10 Stoff also fragen jetzt wieviel achso er sagt übrigens du kannst ja keine Molotovs mehr kräften wenn das inventar voll ist ne so jetzt ist voll ok ok und dann wo war denn die Wodka Flasche jetzt Wodka Flasche wo waren die Wodka Flaschen das bei meine liegt jetzt hier hinten ja die Kugeln manchmal durch die Gegend musst du aufpassen sieht das Medikament eigentlich Wasser wenn man das schmeißt ich habe Platin gefunden wie bitte hier wo ich hier stehe ist Platin ah nice ne Platine hast du gefunden auch Platine 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 platate ist alles das gleiche ähm gefunden ja manche Sachen müsst ihr mal gucken Laptops und so könnte auch kaputt kloppen ne ja habt ihr da habt ihr einen gefunden ne also hier nicht aber draußen lag mal irgendwo eine rum hier sind noch Knoppen ja der geht so weiter ne stay out vor allem der wird das doch nicht selber ran geschrieben haben also na hätte hier ne jetzt ja bei mir und das als wird das und da ist was weh damit ich hab noch eine Haftbombe wir haben Lass mich mal! Warnehm! Oh, fuck it! Ich hab keine mehr! Oh nein! Wartet, lasst mich mal! Ich hab's, ich hab's, ist dran! Ist dran, ist dran! Okay, okay, sehr gut! Oh, der ist nicht tot! Der ist tot! Jetzt ist er tot! Oh, das ist auch ganz gut! Oh, man kann's ausweiten! Ja, nice! Sieht so aus, als ob wir alle gegenseitig auf uns einstechen, gerade beim Looten! Tantenrüstung! Draufs rechts unten! Ja! Nice, sehr gut! Das könnte auch übrigens mit den Uhren wahrscheinlich wieder, äh, Dinger basteln, ja! Ja, Bomben, ne? Ja, aber auch Geld dafür! Gut! Hab ich! Hat er! Warum hab ich eigentlich kein Geld? Naja! Hab ich ja auch gedacht, dass ich... Wo steht denn hier Stay Out? Äh, bei der einen Leiche, die da hängt! Die hat so'n Zettel dran! Hängt? Ja! Hier, Daniel, bei der! Hä? Ne, dann hier weiter vorne, oder? Hä? Ach, hier! Hä? Hier, hier, der! Ja! Ach, das hat sich selber aufm Rücken geklebt! Keine Ahnung! Oder die Monstern... Äh, schreiben und lesen gehen! Ja! Weil wir hier rechts hingehen, muss ich nicht so... Oh, ich kann's mal da suchen! Ne, hier geht's ja nicht weiter! Ja, ich guck nur die Seiten nochmal... Ja, ist richtig! Ist richtig! Aber kann einer links hin nach rechts? Ja! Pass mal aufzeilen! Oh ja! Babys, Babys! Oh, die sind eklig! Ja! Die springen übrigens, Carsten! Die springen nicht an! Äh, wenn ihr habt, Pfeile! Wenn ihr habt, Pfeile! Wenn ihr habt, Pfeile! Okay! Die halten mehr als ein Ding aus! Ja! Oh, ist das eklig, dass man auf Babys einsticht! Das finde ich richtig widerlich, ne? Ja! Also jetzt rein, eh dich! Ja! Oh, lassen wir jetzt! Au! Oh, Junge! Kommt ihr klar? Ja! Ich weiß nicht mal, ob ich treffe, ne? Sammel deine... Doch, doch, doch! Aber die halten ganz schön aus! Ja, die quieken immer so als Feedback! Oh, wir haben hier irgendwas gefunden! Send Sammel... Oh! Da ist ein Punkt! Da ist ein Punkt eingezeichnet! Send Sammel to dig in this cave next! Haven't heard back! Can you check up on him? Return my shovel! Oh! Da ist ne Schaufel! Die können wir holen! Steht das da drauf? Ja! Da ist übrigens ein Laptop! Da steht da! Can you check up on him and return my shovel? Mein Laptop kann ich nicht zerlegen! Komm ich gar nicht ran! Äh, kaputt machen! Ja! Aufbauen! Wo? Wo liegt der? Hier! Bei mir liegt der hier! Au! Aua! Aua! Nimm mir am besten in den Speer, Carsten! Ich seh ihn! Ich seh ihn einfach nicht! Das ist mein Problem! Hier! Fuck! Aua! Hey! Also bei mir liegt der Laptop! Okay! Dann ist das wieder so ein Ding mit kleinzeitig und so! Oh, geht! Wann soll der kaputt gehen, der Laptop? Ich hab schon drauf geschlagen, also... Weiß nicht, vielleicht war's das schon! Okay! Okay! Ja, hier sind einfach fucker nicht! Ich benutze die mal kurz! Jo! Okay, erst Rechtsklick! Macht Sinn? Ja, erst Rechtsklick, genau! Ich mach auch grad ein bisschen! Kommt der weiter oder? Vielleicht hab ich ein bisschen Angst! Wie lange scheinen die Dinger dann? Ist aber ganz gut, wenn man so... ...nach unten wirft, um zu gucken, ob da was ist! Oh, Kevin hat glaube ich alle aufgesammelt! Achso, sind die für uns alle? Ja, das sieht so aus, ja! Oh, sorry! Ich kann gleich welche droppen, wenn ihr wollt! Alles gut, ich hab nur zwei geworfen! Ich hab auch zwei gehabt! Sieht also aus, als würden wir da rauskommen, wo es selber vorhin runter ging! Wenn das so ist, dann können wir umdrehen! Ne, hier sind noch Kisten! Die machen wir mal kaputt! Ja, oh! Hier sind Seile drin! Ja! Und Münzen! Boah! Alter, schon wieder! Scheiß! Diese... Diese Fledermäuse, ey! Alter! Gut, schieß mir den Rücken runter, ne? Bei mir waren die Kisten jetzt gerade kaputt, die ihr zerstört habt und da lag das Zeug da! Ja, ja! Hier ist jemand bei mir! Ich hoffe, es ist Kevin! Ne, 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 ne! Oh, scheiß! Ich seh auch nichts! Oh, scheiß! Oh! Bei mir! Lass mich werfen! Ja! Gerne! Ich seh nämlich nichts! Ich muss erst anzünden! Ja, ich muss erst anzünden! Gebt weg da! Ich mach Licht, ne? Ich kann in der Zeit nicht kämpfen! Irgendeiner brennt! Alter, es sind drei Stück, ne? Es sind mehr! Wow! Hinter dir! Kevin, hinter dir! Technische Rückzug! Ja! Ich bin stuck, brother! Help me! Okay! Okay! Das war der Fucker! Ich kann... Ich hab'n Molotow! Oh, sehr schön! Oh! Oh, sehr gut! Sehr guter Papa! Daniel! Das fette Schi müsste eigentlich jetzt so langsam an die Knie gehen! Okay, er hält aus! Jetzt ist er tot! Perfekt! Und dann einmal looten, ne? Ja! Ist da noch jemand? Äh, ich weiß nicht! Ich heute grad! Ich kann nicht mehr heute! 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 Oh! Ich brauche mal kurz ne Knochenrüstung! Kannst du nicht mehr heute, weil du Mutantenrüstung noch im Inventar hast, oder? Ne, ähm... Ich hab' das Symbol fürs heute nicht mehr, weil... Wahrscheinlich ihr habt schon gehäutet und wir müssen's alle gleichzeitig machen! Ich bin aber in dem Moment nicht rangekommen! Na! Scheiße! Oder es sind nur zwei Charges, kann auch sein, ne? Aber wir haben ja vorn auch alle was bekommen, oder? Da ist noch einer! Da kommt noch einer von rechts! Ah! Weißt du woran das liegen kann, äh... Karsten? Hast du überhaupt auf ihn eingehauen? Oder hast du nur Licht gemacht? Ich hab' das Symbol fürs heute schon gehabt, ich bin nicht rangekommen! Ah, okay! Weil ich sehe, dass mal bewegt wurde! Weil ich jetzt hier... Oh! Ich hab' dann hier reingeschossen! Ich kann auch einfach mit der Fackel die Leute anzünden! Achso! Oh! Ja! Oh! Mach's! Was denn? Dunkel hier an dem Puff! Ja! 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 Das sind Hier steht ganz nett... ! halt wüsste halt dass wir sowas hell ist das ist auch einer aber mal top cocktail werfen ja kann ich machen das hand an wenn du mir sagst wo der ist direkt da wo das blaue licht ist wo es blaue licht ist du siehst mich? ja 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 aber ich kann soweit nicht werfen dann ist noch einer wir können nicht noch weiter nach vorne gehen soll ich den maul toffer gewerfen? äh ich würde eine haftbombe Junge was ist dein problem? alter hör auf damit wow ich hab zwei Rüstungen keine Rüstung mehr? auf drei? ja eins, zwei, drei dieser sound dreimal die animation ist kaum richtig aber ist voll hast du was bekommen? krass? ja diesmal hat es geklappt ich hab den elektrischocker benutzt aber ich weiß jetzt ich weiß nicht ob der ich bin der meinung er ist in die knie gegangen dadurch ich glaub ich hab schon mega viel schaden gemacht ich bin der meinung dass hier noch einer war oh ne wir sind schon weiter vor ja ich dachte ich fress mal ein bisschen schaden falls was passiert oh danke okay oh ganz viele babies ganz viele babies ganz viele babies äh sagst du das auch hier unten? ich zünd' ich n' das an ah ich will Kanonen auf Spatzen schießen äh ne das sind viele das wär gut gewesen ich versuche die mir rein zu polen aber das ist ziemlich anstrengend hey soll ich? ja die kommen gleich ja nice guter wurf hä? die Krabbeine einfach durch? bruh wieder zurück dahin wo du hergekommen bist du widerliches Mistvieh dass man diese Drohnen hier nicht aufmachen kann äh ich hab erst gedacht das wär ein Radio boah ich wollt grad Karsten angewarten gut gut oh hier ist äh das ist auf jeden Fall kein Dildo der hier unten mhm Daniel ich halte es wegen dir an Seil Seil oh ja cool ich kann keine Seile mehr tragen im Ernst? ja was kann ich mit Seile bauen? Knochenrüstung hast du dir gemacht? oh schlimme Knochen aus dem Körper wie er aber hier baut oh hier liegen zwei Seile rum hm ich hab keine ich hab kein Tape mehr ne Leute ja warte ich muss kurz was bauen damit ich Seile aufnehmen kann ok ich trau mich jetzt erstmal nicht weiter ich bin am Scheideweg schwupps schade gewachsen äh geht doch immer ach ja geht's wirklich nach links und rechts ne ach der Scheiße äh das sieht schon mal nicht so gut aus lauter Gedärme und Knochen Knochen iiih hier sunken Glibber wo seid ihr denn? äh einfach weiter geradeaus und dann links naja lass mal auf Carsten warten äh Glibber ist von den Viechern die da so dieses offene Maul Dings haben warte mal kurz Sirena ruft an links Carsten hm würd gucken wo's hier weiterhin geht da geht's auch weiter ne ja ja wir sind erstmal nach links gegangen ich hätte mir vorstellen dass es hier gleich raus geht oah Babys hast du die jetzt eingeloggt? ne ich glaub noch nicht äh Kevin kann grad nicht ich weiß halt immer noch nicht wo meine Pfeile sind alter sieht man nicht ich hab auch schon gesucht ja wie soll man denn dann die Feuerpfeile bauen? ach so ich hab nicht mehr genug Münzen für eine Bombe ne ich glaub ja ich glaub ich glaub ich glaub nicht mehr ich glaub du vermutlich Vielen Dank.